Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute spielen... Zu meinem neuen... Doch, wir machen Videos, stimmt. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video, heute spielen wir das Spiel Gravitrax The Game Flow. Dazu habe ich einen Special Guest und zwar der Hono-Bib. Hallo! Lol. Und zwar spielen wir das nicht, wie es eigentlich vorgesehen ist, The Game, sondern wir spielen das Ganze als... Wir spielen das Ganze in Duell gegeneinander und gucken mal, wer das Ganze besser von uns beiden kann. Exemplarisch spielen wir es heute mit zwei mittleren und einer schweren Aufgabe und wer es als erstes geschafft hat, der gewinnt dieses Duell. So, viel Spaß beim Video. Ja. Wie oft bist du durchgelaufen, Armin? Keine Ahnung. Drei, zwei, eins, los. Okay, wir fangen mal an mit unseren zwei Platten. Wir haben ja extra so einen schönen Adventskalender als Deckung, damit man bloß nicht abguckt. Ich gucke da sowieso nicht rüber, dann siehst du ja nur falsche Sachen, aber... Ja, ja. Ziel, hier kommt so, zwei Schienen. Wo ist die andere Zweierschiene? Ah, wir brauchen drei Schienen. Zwei Zweierschienen. So, und ich brauche noch die rote Kugel, die kommt hier rein. Verdammt, das war mein ganzer Plan. Das ist jetzt so nicht so, ich habe gedacht, ich weiß die Lösung schon. Ah, ich, ich, ich glaube, ich habe es. Ah, ich habe es. Was? Komm her, komm her. Sieben Höhensteine. Muss man alle Höhensteine verbauen? Ja, du musst alle verbauen. Ach du Kacke. Hey, wie soll das denn gehen? Man hat doch nur zwei Zweierschienen. Wie soll das denn gehen? Hä? Hä? Äh, das ist unmöglich. Nee, es ist nicht unmöglich. Ich habe es. Okay, Leute, ihr habt es gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Fertig. Ich habe es. Wo ist meine Kugel? Hier. Ja, ich habe es auch. Leute, ihr habt es gesehen. Ah! Mir fällt alles so runter. Hektik, hektik, stress, stress, stress. Ist das ein Aufhänger? Ein Wirbel, meinst du? Nein, nein. Ah, nee. Ach so, das ist ein Fänger. Ja, stimmt. Das ist ein Fänger. Gut, dass du es sagst. Ich habe es auch beplant. Da muss man echt aufpassen, dass man das Ziel auch richtig einsetzt. Ja. Okay, dann los geht die Tüftelei. Bam, bam und bam. Boah, wie wird man unter Druck hier kommen. Das ist ja unangenehm. Wer ist der beste Gravitrexer? Ich bin es. Ich bin es. Los. Bahn Nummer zwei. Fertig. Wie? Wie bist du so schnell? Ich kann das spielen. Ich werde wahnsinnig. Ah, nee, nee, nee. Ich habe es. Ich habe es. Ich sehe es. Ich sehe es. Ich bin schlau. Ich bin schlau. Hä? Wo kommt denn jetzt die Einsatz? Ich bin hartstack auf diesem Level hier. Das ist unglaublich. Ich baue das mal schon mal fertig in der Zeit, ne? Ah, ich sehe es. Nein. Doch, ich sehe es. Ich habe es. Glaube ich jedenfalls. Jetzt muss man den letzten schaffen. Wir haben einen guten Vorsprung, aber wir dürfen den jetzt nicht einbüßen oder so. Wer zuletzt lacht, der lacht am besten. Aber ich glaube, ich lache nicht am letzten. Ja. Das ist es, meine Freunde. Ach, du Kacke. What? Ich kriege in zwei ja nicht eingebaut. Am besten kriegst du gar nichts eingebaut. Ja, da freut er sich. Ja, und wie sieht es aus bei dir? Ach gut, ich bin schon so fast mit dem letzten Level fertig. Ach, oh ja, ja, bei mir auch, ja. Und jetzt fehlt uns da die Verbindung. Nein, 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 nein. Warte mal. Hä, bin ich doof? So rum? Haben wir es doch, oder? Nein, 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 nein. Roll, roll, roll. Nein, 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 nein. Hey, warum rollt ihr nicht bis zum Ende? Das ist doch die Aufgabe. Roll ein bisschen schneller durch, komm. Sei lieb. Ich muss halt hier dreieinhalb. Ich würde am liebsten den halben da unten drunter machen, aber die Kugel muss auch bis ins Ziel rum. Und wir haben es geschafft, bis ins Ziel. Damit ding, ding, ding. Ich war doch fast am Ende, es war so knapp. Du hast fast die letzte aufgetrunken. Ich habe fast die letzte. Wie warst du so schnell? Was hast du gemacht? Hast du hier Speedboost aktiviert, oder was war das? Ja. Ja, okay. Hacker. Doping. Ich importe dich jetzt, das geht nicht. Rabbit Wack's Doping. GG. GG. Gut gespielt. Ja, Leute, jetzt habt ihr mal gesehen, wie man das Ganze auch als Duell verwenden kann. Das müssen wir auf jeden Fall häufiger machen. Das ist anstrengend. Super anstrengend. Aber so mal sich gegenseitig zu duellieren, um dann zu gucken, wer ist denn der Schnellste? Dann würde ich sagen, haben wir eine neue Art von The Game entdeckt. Ja, eine ganz neue. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Wenn ihr ein schönes, ausführliches Video über The Game wissen wollt, und wie man das, was da alles drin ist, dann guckt doch mal hier drüben beim Honobirn, beim Nachbarkanal vorbei. Lasst dort auch ein Like und ein Follow da. Und dann danke fürs Zuschauen von mir immer. Ein schönes Tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Und ist das deine Verabschiedung? Ja. Tschö mit Ö. Dann tschö mit Ö. Tschö mit Ö. Tschüss. Und ich bin raus. Tschö mit Ö.